Trotzdem möchte ich noch ein bisschen darauf rumreiten, dass es wahrscheinlich schon sehr wichtig ist, dieses, wir nennen das bei uns in der Firma zum Beispiel ein Retro, also eine Retrospektive darüber abzuhalten, was denn so passiert ist und wie es jedem dabei gegangen ist und wie sich dabei jeder gefühlt hat. Und was das, glaube ich, ermöglicht, ist, dass sich eben diese Mitarbeiter zueinander finden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du darin etwas Wichtiges findest, dass sich die, also nicht alles nach oben und sozusagen wie im, wird das geheißen, vom Herrn Taylor, glaube ich, also quasi im Liniendiagramm. Du musst immer nach oben gehen, nach oben und dann wieder runter zum Beispiel, anstatt, dass du einfach hinübergehst. Und das wäre auch jetzt im kleinen Team sozusagen genau derselbe Aspekt. Also anstatt, dass du immer über den Chef gehst und sagst, der war böse und der war gemeint zu mir. Vielleicht gibt es viele Möglichkeiten, wie du halt eine Kultur schaffen kannst oder ein Verständnis im Team dafür schaffen kannst, dass es möglich ist, zum anderen rüber zu gehen und zu sagen, hey, dieses oder jenes oder ich bräuchte das jetzt dringend oder weniger oder könntest du nicht so und sozusagen nicht alles über oben spielen zu müssen eigentlich.